Der FSV hatte sich allergrößte Mühe gegeben, um für dieses Sachsen-Pokalfinale einen würdigen Rahmen zu bieten. Herzlichen Dank den vielen fleißigen Helfern in den Reihen der Rot-Weißen. Sie hatten durchaus Möglichkeiten, um im Pokalfinale gegen den Chemnitzer FC zu Toren zu kommen. Nach 90 Minuten hieß es leider aus Zwickauer Sicht 0 zu 2. Weil Chemnitz abgezockter spielte, weil sie eben mit Löning und mit Tirpitz zwei Spieler in ihren Reihen hatten, die eiskalt ihre Möglichkeiten nutzten. Und sie hatten eben einen Torwart mit Philipp Pentke, der die wenigen Zwickauer-Chancen zunichte machte. Nichtsdestotrotz, der FSV Zwickauer kann stolz sein. Der Anhang ist ohnehin stolz. Er feierte seine Lieblinge für ein tolles Pokaljahr. Stimmen zum Spiel. Torsten Ziegner, Glückwunsch zu einer couragierten Leistung des FSV Zwickauer. Und es hat zweier individueller Einzelleistungen der Chemnitzer bedurft, um hier den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Wie hatten Sie das Spiel erlebt? Ja, ich fand, wir waren insgesamt zu ängstlich. Wir hätten von Anfang an mutiger sein können. Ich denke, die Jungs haben sich extrem viel vorgenommen, haben das als realistische Chance gesehen, heute den Pokalsieg hier zu holen, aufgrund unserer Klasse-Saison, die wir bis dato gespielt haben. Und haben sich dort nicht unberechtigt Hoffnung gemacht. Fest steht aber auch, dass man, wenn man Chemnitz schlagen möchte, dann eben über 90 Minuten auf der Hut sein muss. Dass man dem eben vor allen Dingen gedanklich keine Möglichkeiten geben darf und die paar Möglichkeiten, die man hat, dann eben konsequenter nutzen muss. Und das haben wir eben nicht getan und dementsprechend auch verdient 2 zu 0 verloren. Herzlichen Glückwunsch, Pokalsieger 2015, der Chemnitzer FC. Aber ich glaube, es war ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit heute hier im Sportforum in Zwickau. Ja, wer was anderes erwartet hat, sieht an der Realität vorbei. Die Zwickau spielen eine tolle Saison und wir wussten schon, was uns hier erwartet. Insgesamt haben wir es gut gemacht. Natürlich haben die Zwickau auch ihre Möglichkeiten gehabt und wir haben zwei Tore. Ich habe doch gesagt, Sie sollten aufpassen. Carsten Heine, ich wollte Ihnen den Spaß nicht nehmen, an Ihren Jungs schon gar nicht. Robert Paul, der FSV Zwickau ist zwar nicht Pokalsieger geworden, aber ich gratuliere Ihnen trotzdem zu einer couragierten Leistung. Sie haben über weite Strecken dem Chemnitzer FC Paroli geboten. Es waren dann einfach zwei individuelle Einzelleistungen, die den FSV Zwickau auf die Verliererstraße gebracht haben. Können Sie das unterschreiben? Ja, so ist es. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, wo man ein bisschen vorunsicht war, gerade ich auch, dass die eine Aktion da, haben wir ein gutes Spiel gefunden. Haben auch keinen Respekt gezeigt. Ich denke, die Chemnitzer hatten Probleme mit uns. Ja, das ist dann einfach auch der Klassenunterschied, den man da sieht. Die sind halt vor dem Tor brutal. Lönig macht halt eigentlich aus einer Situation, wo man sagt, gut, abgetrifftet. Und ja, abgetrifftet wird vielleicht nicht, wird schwer für ihn, macht er halt das Tor in die lange Ecke rein. Ja, wir haben das gleiche Ding mit Olli. Der legte sich eigentlich gut vor. Ja, machten aber dann halt nicht rein. Das ist halt der Unterschied. Ja, und zweite Halbzeit, gut, über den Schuss muss man nicht reden. Passierte einmal, glaube ich, in sein Leben so. Das ist natürlich ärgerlich gewesen, auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Hatten zwar dann noch die Chancen, bei der Ecke gut gehalten. Ja, aber nichtsdestotrotz muss ich einfach ein Riesenlob an die Truppe aussprechen. Es ist halt dann auch ein Stück weit, ja, sehr, sehr anstrengend, zumindest in der Saison. Junge Spieler, die noch nie so lange in der Saison gespielt haben. Und dann merkt man, man läuft dann einfach auf dem Zahnfleisch. Aber ja, insgesamt kann man stolz sein. Wir haben jetzt noch zwei Spieler in der Liga, die wollen wir natürlich erfolgreich gestalten. Wer weiß, vielleicht haben wir da noch ein bisschen Glück, aber mal schauen, was da noch kommt. Philipp Pemke, in Ihren Augen sehe ich Tränen der Freude, aber auch Tränen, die möglicherweise den Abschied nicht ganz so ertragreich machen. Noch erstmal einen herzlichen Glückwunsch zum Pokal. Sie haben den Chemnitzer FC mit zwei, drei großen Paraden im Rennen gehalten. Wie haben Sie das Spiel insgesamt erlebt? Danke, also erstmal ist es Bier, was ich in meinen Augen habe, aber trotzdem. Es könnten aber auch Tränen sein, doch vielleicht von Ihnen vorgespielt, ich weiß es nicht. Ich denke, es war halt ein sehr enges Spiel, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Zwickau hat uns das Leben so schwer wie möglich gemacht. Ich denke, das hat man die erste Halbzeit gesehen. Aber ich glaube, wir waren halt einfach super effizient mit unserem ersten schönen Angriff, den dann Frank einfach abstellte. Abgeschlossen hat zum 1-0, das Halbzeit war dann für uns so ein bisschen Dosenöffner. Aber ich denke, wir haben das dann zweiter Halbzeit ganz souverän runtergespielt. Ich glaube, Zwickau hatte noch ein, zwei gute Möglichkeiten. Und ja, am Ende ist es mein Job, meiner Mannschaft im Spiel zu halten. Oder halt am Ende das Spiel so zu gewinnen. Und ja, ein super Kompliment von uns. Ich glaube, wir sind jetzt die einzige Pokalmannschaft, die kein Gegentor kassiert hat in der ganzen Runde. Und ja, das haben wir uns wirklich erarbeitet. Philipp, Sie haben gerade gesagt, es ist Ihr Job, Ihre Mannschaft im Spiel zu halten. Und wird das ja nicht mehr lange Ihre Mannschaft sein. Wie sieht denn Ihre Zukunftsplanung aus? Richtig. Ja, ich habe mich jetzt die Woche noch komplett auf das heutige Spiel konzentriert. Ich denke, so viel Respekt habe ich dem Verein auch gegenüber. Und ja, es ist ganz normal im Geschäft, wenn man sich nach... Also Nähkästen müssen Sie nicht plaudern. Ja, aber ja, ich suche gerade um meine ganzen Optionen, jede Möglichkeit. Es ist kein Geheimnis, dass meine Freundin jetzt im Süden Handball spielt. Geh dich heim, ja. Und ja, da versuchen wir eine optimale Lösung zu finden jetzt. Und dann hoffe ich mal, dass jetzt die Woche oder Anfang nächster Woche dann Abfluss kommt. Stefan Beutel, erstmal herzlichen Glückwunsch zum achten Mal Pokalsieger. Aber es war heute ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Und es hat zweier individuelle Einzelleistungen bedurft, von Löning und von Türpitz, dass der Chemnitzer FC hier beim FSV Zwickau bestanden hat. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, ich habe es ähnlich gesehen, aber es hat uns nicht verrundert. Wir haben uns darauf eingestellt, dass wir beim FSV Zwickau auf einen ganz starken Gegner, der hier zu Hause um sein Leben rennen wird, und das haben sie getan. Wir haben gut gespielt. Ich denke, dass wir so ein bisschen die reifere Spielanlage haben und sicherlich vielleicht auch ein bisschen mehr Qualität in den Einzelpositionen haben. Die haben heute, wie Sie es schon gesagt haben, den Ausschlag gegeben. Ich denke, das zweite Tor, das hat allen gefallen, auch wenn sie nicht für den CFC waren. Also von daher, alles gut. Wir sind froh, dass wir das gepackt haben. Wir sind froh, dass wir das hier. Wir sind froh, dass wir dasgestellt haben. Wir wissen, wie ihr gut es hammerdet. Wir wollen den Pokal! Wir wollen den Pokal!